. BR 2019 Mein Kind, wo bist du? Hier ist dein feines Frühstück. Hä? Häh, 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 häh! Halt auf! Da hat es sich versteckt. Mein kleines Baby. Guck, schick. Du bist ja so quietschel-sauber! Du bist ja so entzickend. Du bist ein kleines Marzipanschweinchen. So geht es jeden Tag. Das war's für heute. Ui, Schweinchen klein. Sieh mal, was hier vor unserer Tür abgestellt wurde. Oh, ich hab euch ja so lieb. Ihr seid bezaubernde Zwillinge. Meine neuen Babys haben einen richtigen Wolfshunger. Sie verschlingen alles. Was habt ihr für einen gesunden Appetit? Hm, aber wo ist mein Schweinchen? Wo ist mein Kindi-Lein bloß hin? Hat es sich versteckt? Ich suche es morgen früh mit frischer Kraft. Ui, ha, 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 ha. Oh, ah, ha, 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 ha. Phew. AT ALL Ah-yaa! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Schweini-Kleini, hallo. Raus aus deinem Versteck und komm nach Hause. Habt ihr mein entzückendes Schweinebaby gesehen? Das wird helfen. Jetzt kommst du zu deiner Mami gerannt. Du bist Schweinchen? Nee, mein Baby hat Zipfelöhrchen wie die Schleife. Und eine Stupsnase. Und wie siehst du aus? Los, beweist mir, dass du mein Baby bist. Aber warum hast du so riesige Ohren? Die sehen ja aus wie Suppenschüsseln. Und warum ist deine Nase so gigantisch? Die sieht ja aus wie eine Trompete. Weil du mal wieder nicht auf deine liebe Mami gehört hast. Geh und schäm dich. Du führst dich auf wie ein Elefant im Porzellanladen. Kindergroßziehen ist nicht leicht. Was für ein wunderschöner Morgen. Ich finde das gemein. Niemand ist hier. Ist das langweilig. Wieso rennt er hier so merkwürdig rum? Vielleicht will er jemanden vom Bahnhof abholen. Wer mag das sein? Du wirst mein allerbester Freund. Du bist mein allerbester Freund. So schön hast du ja noch nie ausgesehen, Masha. Bist du denn schon lange da? Hattest du eine schöne Reise? Vielleicht sollten wir uns vorstellen. Was meinst du? Panda, dieser Name klingt aber wunderschön. Und zu mir kannst du ganz einfach Masha sagen. Hm. Hä? Hm? Hm? Jupp. Ah! Oh! Ui. Juhu, das ist ein Müll-Fahren. Na, wie findest du das? Gefällt dir die Fahrt? Und wie gefällt dir unsere Gegend? Guck nach rechts rüber. Jetzt guck nach links rüber. Entschuldige bitte. Jetzt wird der Weg etwas häuslich. Hihihi. Hihihi. Hopp. Und jetzt bist du zu Hause. Was ist das? Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der gehört mir! ZDF, 2020 Wir sind richtig gute Freunde geworden, findest du nicht? Hoffentlich bleibt er nächstes Mal länger. Und jetzt probiert ihr es!